Minimieren bzw. Ausblenden der Vorschaubilder in der Ebenenpalette Wussten Sie eigentlich, dass die kleinen Vorschau-Miniaturen in der Ebenenpalette bei großen Photoshop-Projekten einiges in Arbeitsspeicher verbrauchen? Im Grunde sind das ja auch nur Bilder, die von Photoshop geladen werden müssen. Je mehr Ebenen ein Photoshop-Projekt hat, desto länger dauert der Ladevorgang. So können Sie die Vorschauminiaturen minimieren bzw. gleich komplett deaktivieren. Wählen Sie im Kontextmenü der Ebenenpalette die Auswahl Bedienfeldoptionen und entscheiden Sie sich im Abschnitt Miniaturgröße für die Option ohne. Durch diese paar Klicks haben Sie sich für kommende Photoshop-Projekte einiges an Zeit beim Ladevorgang gespart. Untertitelung des ZDF für funk, 2017